Guten Morgen! Hier ist dein heutiger Kuss aufs Ohr zum Thema Potenzial. Du hast viel mehr Fähigkeiten, als du dir zugestehst. Spüre tief in dir, wie gut du dein Leben meisterst. Das Leben gelingt dir bereits so gut. Wenn du das anerkennen kannst, dann kannst du dich selbst mehr wertschätzen. Und dann wirst du deinen Wert erkennen. Und dich auf den Weg begeben, dein wahres Potenzial zu entfalten. Deine Affirmation für heute ist, meine Fähigkeiten tragen mich durch mein Leben. Ich lerne, mich selbst und meine Fähigkeiten wertzuschätzen. Ich erkenne mich selbst an als kompetente Person. Ich entfalte jetzt mein wahres Potenzial. Ich wünsche dir einen Tag voller Wunder. Deine Michaela Merten